Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Car-to-Car-Merch. Wie geil ist das denn bitteschön? Und weil dieser gleich so geil ist, Leute, will ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und außerdem Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich auf die krassesten Glitches in GTA Online. Aber Leute, bevor ihr so krass jubelt wegen Car-to-Car-Merch, muss ich euch hier sagen, es ist eigentlich ein Car-to-Service-Car. Aber Leute, dieses Service-Car werden die später als persönliches Fahrzeug in der Garage gespeichert haben. Also so gesehen ist das irgendwie ein Car-to-Car-Merch. Also ihr versteht, was ich meine. Aber Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch überhaupt? Für diesen Glitch, klar, braucht ihr eine Autowerkstatt. In der Autowerkstatt braucht ihr hier natürlich ein Service-Auto. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Auto, was so gesehen das Geber-Auto ist. Also sprich, ein gemoddetes Fahrzeug, was schon die geilsten Tuning-Teile hat, was später euer gemerchtes Fahrzeug haben soll. Und nein Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Außerdem braucht ihr in der Autowerkstatt auch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also am besten einen kostenlosen Elegy oder einen Fudge-Roller. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein CO-Gebäude inklusive Firmengarage. Und in der Firmengarage braucht ihr ein persönliches Fahrzeug, was ihr in der Tuning-Garage benutzen könnt. Und ja, ihr braucht hier auch eine Tuning-Garage. Und ganz wichtig, ihr braucht in der Firmengarage auch ein Pegasus-Fahrzeug. Also sprich, den Party-Bus oder den Dune. Und außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker. Und Leute, am Ende des Videos zeigt euch, welche Probleme bei diesem Glitch auftreten können und wie ihr diese Probleme lösen könnt, damit ihr diesen Glitch auch erfolgreich durchziehen könnt. Also Leute, bleibt dran. Als erstes, Leute, seid ihr einfach in GTA Online in einer Einladungssitzung. Denn als erstes müssen wir jetzt zur Firmengarage. Sind wir jetzt in der Firmengarage drinnen, Leute, steigen wir jetzt in irgendein Fahrzeug ein, womit ihr in die Tuning-Garage reinfahren können. Habt ihr ein Fahrzeug gefunden, setzt euch rein und drückt auch die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Während der Reinfahr-Animation, Leute, müsst ihr einmal die Options-Laste drücken, dass das Kartmenü sich öffnet. Gut, seid ihr jetzt in der Tuning-Garage gespawnt, das seht ihr so hinter der Karte, so komisch verpackt, ihr wisst, was ich meine. Dann könnt ihr das Kartmenü auch wieder schließen. Gut, jetzt seid ihr in Tuning-Menü drinnen. Jetzt drückt ihr einfach Kreis und geht jetzt auf Immobilie verlassen. Und während der Rausfahr-Animation, Leute, drückt ihr wieder die Optionstaste, um das Kartmenü zu öffnen. Und sobald ihr auf der Karte das CEO-Gebäude-Verzeichnis seht, also das sogenannte CEO-Gebäude auf der Karte, dann könnt ihr das Kartmenü auch wieder schließen. Denn ihr hört auch im Headset jetzt das Garagen-Geräusch und ihr fahrt aus der Garage raus. Seid ihr draußen gespawnt, Leute, steigt einfach aus, öffnet das Interaktions-Menü, geht auf Fahrzeuge und lagert euer Fahrzeug wieder ein. Ist euer Fahrzeug eingelagert, schließt das Interaktions-Menü und ruft jetzt eure Mechaniker an. Denn ihr müsst jetzt über euer Mechaniker euer Pegasus-Fahrzeug aus der Firmen-Garage rufen, also den Partybus oder den Dune. In meinem Fall habe ich jetzt hier den Partybus genommen. Ist das persönliche Pegasus-Fahrzeug bei euch gespawnt, Leute, steigt hier ein und fahrt damit einfach zurück in die Firmen-Garage. So, es kann jetzt hier sein, Leute, dass er gegen die Firmen-Garage fährt und es passiert hier nichts, so wie ihr in diesem Clip, wie ihr gerade seht. Dann müsst ihr einfach wieder zurückfahren und das so lange versuchen, bis das so gesehen das Menü von CEO-Tower einfach kommt. Gut, in meiner jetzigen Aufnahme ist es, dass ich First-Try gekommen bin, hatte ich ein bisschen Glück gehabt und ihr wählt jetzt die Garage aus, wo auch dieses Pegasus-Fahrzeug steht. Also in meinem Fall, Leute, kommt der Partybus aus Firmen-Garage 1 und deswegen wählt ich jetzt hier auch die Firmen-Garage 1 aus. So, wenn jetzt alles hier funktioniert, Leute, solltet ihr so eine verpackten Reinfarmination haben und was viel wichtiger ist, Leute, ihr solltet einen unendlichen Blackscreen bekommen. Woran erkennt ihr diesen unendlichen Blackscreen? Ihr habt unten rechts eine weiße Ladeschnecke, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Haben wir diesen Blackscreen, Leute, haben ihr so gesehen zwei Möglichkeiten, aus diesem Blackscreen wieder rauszukommen. Einmal die Solo-Variante und einmal, wo wir einen Freund brauchen. Freunde-Option, Leute, funktioniert so. Euer Freund ist auch in irgendeiner Einladungssitzung und startet jetzt einfach einen Job für einen Titan übers Optionsmenü und chillt im Jobmenü. Und jetzt, Leute, könnt ihr so gesehen über sein Profil einfach ihm beitreten und ihr werdet ja Fehlermeldungen bekommen wegen Einladungsnutzung etc. Und ihr seid befreit. Aber Leute, ich habe tatsächlich eine bessere Lösung für euch, denn es gibt so gesehen einen Bot, der durchgehend genau das Gleiche macht, wie jetzt unser Freund das machen würde. Was natürlich viel besser ist, denn wir brauchen dann so gesehen keinen Freund mehr, der uns unterstützt. Deswegen, ich sage natürlich, Leute, ihr müsst jetzt hier einfach ins Plastic-Menü gehen, geht jetzt hier auf PSN-Namen suchen und geht jetzt diesen Namen jetzt hier ein. In diesem Fall heißt der Name WindtryCL. Und mehr müsst ihr auch nicht eingeben, der Name ist natürlich länger, aber ihr findet ihn jetzt nämlich, nämlich der hier. Und jetzt geht hier drauf und müsst ihr auch hier keine Freundesanfrage schicken oder sowas. Nein, sein Profil ist sowieso öffentlich. Denn wir sehen jetzt hier, ah, er spielt GTA. Und das auch schon ziemlich lange. Kein Wunder, er ist durchgehend online. Und wir gehen hier einfach auf seine Sitzung beitreten. Und dadurch, dass er auch in dem Job schilt, in einer Einladungssitzung, werden natürlich hier auch Fehlermeldungen erhalten und werden wieder zurückgespawnt in GTA. Und Leute, ich sage euch ehrlich, nutzt einfach diesen Bot und hört auf, eure Freunde zu missbrauchen für irgendwelche Glitches. Aber gut, Leute, was müsst ihr machen, wenn ihr wieder gespawnt seid? Seid ihr wieder gespawnt, werdet ihr merken, dass ihr gefreest seid mit dem Fahrzeug. Also ihr könnt damit nicht hin und her fahren und das Garagentor ist weg. Was müsst ihr machen? Naja, ihr steigt einfach aus. Denn als nächstes, Leute, müssen wir zum Bunker. Das Ganze könnt ihr jetzt hier einfach mit dem Straßenfahrzeug erledigen, dass ihr mit dem Straßenfahrzeug hinfahrt oder CO-Buzzard oder Job-Teleport. In diesem Fall zeige ich euch den Job-Teleport. Was müsst ihr machen? Ihr geht hier wieder mit Optionstaste auf die Karte und wählt einen Job, der sehr nah an eurem Bunker ist. Und ihr startet auch den Job über die Karte. Seid ihr jetzt in diesem Job-Menü drinnen von dem Job, müsst ihr jetzt so gesehen das gleiche machen wie eben. Wir suchen jetzt wieder unseren Bot raus. Haben wir so einen Bot rausgesucht, treten wir jetzt einfach wieder bei und bestätigen jede Meldung mit X. Also so gesehen, dass wir hier den beitreten wollen und die Fehlermeldung, dass er in einer Einladungssitzung ist und wir keine Einladung haben. So, ihr werdet wieder an einer Oberfläche gespornen. Sehr gut. Denn jetzt müssen wir zu unserem Bunker. Gut, in meinem Fall war der Job leider ein bisschen weiter weg und ihr werdet auch merken, Leute, ihr könnt keine Waffen auswählen, ihr könnt nicht rennen, ihr könnt nicht springen. Also ja, Leute, je nachdem, wie weit der Job halt weg ist, ist vielleicht ein CEO-Buzzard doch schneller. Aber gut, Leute, ich bin jetzt nach zehn Jahren angekommen und ich gehe jetzt einfach zu Fuß in den Bunker rein. Seit ihr im Bunker ankommen, Leute, geht einfach wieder raus. Seit ihr draußen ankommen, Leute, müssen wir jetzt einfach tatsächlich jetzt zur Auto-Werkstatt. Das könnt ihr natürlich hier auch mit dem Straßenfahrzeug, CEO-Buzzard oder auch Job-Teleport machen. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt einfach wieder einen Job-Teleport mit dem Bot gemacht. Gut, seit ihr jetzt an der Auto-Werkstatt ankommen, Leute, geht es einfach hinein. Seid ihr jetzt in der Auto-Werkstatt gespawnt, müssen wir jetzt zum Geber-Auto, sprich zum Auto, was schon die ganzen Tuning-Teile besitzt. Und wir steigen da ein und drücken hier auch die rechte Falltaste für die Tuning-Garage. Seid ihr jetzt in der Tuning-Garage ankommen, müssen wir jetzt irgendwas umtunen. Am besten irgendwas Billiges, hier zum Beispiel gebremsen. Und falls ihr was ungetunt habt, könnt ihr es auch wieder zurücktunen. Das ist völlig egal, außer habt ihr irgendwas mal geändert. Habt ihr was geändert, Leute, drückt einfach Kreis und geht auf Tuning-Garage verlassen. Seid ihr wieder gespawnt, Leute, müssen wir jetzt zum Service-Karl hingehen, was wir uns merchen möchten. In meinem Fall habe ich jetzt hier so einen Sportwagen ausgewählt. So, seid ihr jetzt bei diesem Sportwagen, Leute, müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr jetzt oben links die Meldung habt, dass ihr oben links die Meldung habt, rechte Falltaste, um das Kundenfahrzeug zu tunen. Denn das ist wichtig, dass es euch angezeigt wird. Denn jetzt drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Mission, zum Beispiel Job für einen Titan. Seid ihr jetzt in diesem Job-Menü von Job für einen Titan drinnen, drückt jetzt einfach die R1-Taste. Denn jetzt werden die besten Listen von Social Club geladen. Habt ihr jetzt die besten Listen geladen von Social Club, müsst ihr jetzt einmal die rechte Falltaste drücken. Und ihr werdet es auch klicken hören am Ohr vom Spiel-Sound her. Denn ihr habt jetzt irgendwas ausgewählt. Und wenn ihr das gehört habt, Leute, könnt ihr wieder den Job einfach verlassen. Und zack, boom, bam, Leute, euer Service-Auto ist gemerscht. Aber natürlich auch längst nicht abgespeichert. Und Leute, bevor ihr irgendwas anderes macht, als erstes steigt ihr in dieses Service-Fahrzeug ein. Also sprich, ihr geht jetzt ganz nah ans Fahrzeug und drückt Dreieck. Und wenn euer Charakter einsteigt, habt ihr bisher alles richtig gemacht. Wenn euer Charakter nicht einsteigen möchte, Leute, dann habt ihr irgendwo einen kleinen Fehler eingebaut, warum auch immer oder wie auch immer. Und ihr müsst leider den Glitch komplett nochmal neu machen. Aber gut, Leute, in meinem Fall hatte ich Glück gehabt und ich konnte einsteigen. Richtig, habt ihr keinen Fehler. So, als nächstes müssen wir zum Fahrzeug hingehen, was wir für diesen Glitch verlieren können. Also in meinem Fall ist es hier einfach ein kostenlosen Elegy, den ich hier reingepackt hatte. So, ich steige jetzt in diesen kostenlosen Elegy ein und drückt jetzt auch hier die rechte Falltaste für die Tuning-Garage. Seid ihr in der Tuning-Garage drinnen, Leute, macht hier nichts. Denn ihr verlasst jetzt einfach wieder diese Tuning-Garage, ohne irgendwas gemacht zu haben. Denn das Wichtige, Leute, jetzt, ihr müsst jetzt während der Rückfall-Ambination die rechte Falltaste spammen, was das Zeug hält. Denn euer Ziel ist es tatsächlich, zurück in eine Autowerkschaft zu spawnen, aber gefreezed zu sein. Seid ihr gefreezed, Leute, müsst ihr euch wieder entfreezen. Wie macht ihr das? Ganz simpel. Ihr drückt die Optionstaste, das Kartenmenü öffnet sich und ihr drückt nochmal die Optionstaste und das Kartenmenü schließt sich und ihr könnt jetzt einfach wieder aussteigen und seid mobil. Denn als nächstes, Leute, müssen wir jetzt zum gemerchten Service-Fahrzeug. Seid ihr mal im gemerchten Service-Fahrzeug angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach Dreieck drücken, um einzusteigen. Seid ihr im Service-Fahrzeug jetzt drinnen, könnt ihr, auch wenn ihr es nicht seht, jetzt die rechte Falltaste drücken für die Tuning-Garage. Sprich, ich drücke jetzt auf rechte Falltaste und boah, ich werde reingezogen. Wie cool ist das denn? Seid ihr jetzt in der Tuning-Garage drinnen mit dem gemerchten Service-Fahrzeug, müsst ihr jetzt irgendwas umtunen. Irgendwas billig ist zum Beispiel hier wieder die Bremsen. Habt ihr jetzt irgendwas ungetunt, verlasst jetzt einfach wieder die Tuning-Garage. So, Leute, seid ihr wieder in der Auto-Wertschacht gespawnt, kontrollieren wir jetzt, ob der Glitch geklappt hat. Denn an der Stelle, wo eigentlich mal der LNG stand, müsst ihr jetzt euer Service-Fahrzeug stehen und zwar mit den ganzen Tuning-Teilen. Und zack, boom, bam, Leute, der Merch-Glitch hat 1A funktioniert. Das Fahrzeug ist jetzt natürlich safe, es ist komplett abgespeichert und es gehört euch. Wie geil ist das denn, Leute? Und weil dieser Glitch wirklich so geil ist, Leute, lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Aber Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, es können gewisse Probleme auftreten bei diesem Glitch. Damit diese Probleme nicht bei euch auftreten, sage ich euch jetzt hier diese Probleme und wie ihr sie umgehen könnt. Problem Numero 1. Tatsächlich das Pegasus-Fahrzeug. Klar, wenn ihr kein Pegasus-Fahrzeug habt, könnt ihr diesen Merch-Glitch auch nicht machen. Deswegen, Leute, den Party-Boost oder den Dune könnt ihr über einen Gift-Cast to Friends bekommen. Und wenn ihr diesen Fahrzeug dann in eurer Firmen-Garage stehen habt, könnt ihr natürlich auch dann diesen Merch-Glitch machen. Problem Numero 2. Nämlich das Pegasus-Fahrzeug nochmal. Und zwar tatsächlich der Dune. Zwar sagt man, dass der Dune für diesen Glitch auch geht. Und ich habe es natürlich auch getestet. Aber Leute, ich habe diesen Glitch ungefähr sieben Mal gemacht mit dem Dune und es hat nie funktioniert. Und zwar an der Stelle, wo ich einen unendlichen Ladestream bekommen habe, bei der Firmen-Garage, wo ich wieder reingefahren bin. Hat es wirklich nie funktioniert. Und Leute, ich bin ehrlich, ich habe es dann einmal mit dem Party-Bus probiert und es hat First Fight geklappt. Deswegen, Leute, bezeichne ich hier tatsächlich sehr, dass der Dune hier funktioniert. Deswegen, Leute, wenn ihr habt, nehmt den Party-Bus, dann macht das Leben auf jeden Fall leichter. Problem Numero 3. Nämlich das CO-Gebäude. Das CO-Gebäude, was ich eigentlich am Anfang hatte, war tatsächlich das normale Maze-Bank-Tower. Aber irgendwie hatte ich den Glitch da nicht hinbekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, warum es jetzt nicht geklappt hat. Aber es hat einfach wirklich uns Verrecken nicht geklappt. Aber Leute, Maze-Bank-West funktioniert 1A. Also falls ihr das gleiche Problem habt mit eurem CO-Tower, nehmt einfach Maze-Bank-West und es funktioniert 1A. Aber Leute, das waren schon die ganzen Probleme, die auftauchen könnten bei diesem Glitch. Aber falls ihr trotzdem noch irgendwie Probleme oder Fragen habt bei diesem Glitch, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Geht sicher, dass ihr mich abonniert habt. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis heute vierten wir uns auf Radio-Trainer. Vielen Dank.